Nummer 5 Das folgende Video kommt von James Fordham, der vor kurzem eine Puppe von einem Secondhandladen gekauft hat. Anscheinend ist der Wert der Puppe größer als was James zahlen musste und das ist der Grund, warum er sich letztendlich für den Einkauf entschieden hat. Seitdem die Puppe bei ihm zu Hause ist, fänden James seltsame Geräusche in der Nacht und sogar paranormale Aktivitäten, wie zum Beispiel Türen, die sich von alleine auf und zu schließen. James ist der Meinung, dass die Puppe vielleicht besessen sein könnte, deswegen hat er sich entschieden eine Kamera aufzustellen, um die Puppe rund um die Uhr aufzunehmen und mit etwas Glück eine Weise für seine Theorie zu finden. Am Anfang hat er nichts besonderes aufzeichnen können, aber in einer Nacht kann man etwas äußerst seltsames beobachten. Nun, die Kamera, die er benutzt, ist mit Bewegungssensoren ausgestattet und darauf programmiert, jeder Bewegung zu folgen. In dieser Aufnahme kann man sehen, wie sie das tut. Was seltsame daran ist, ist, dass die Kamera scheint ihnen etwas zu folgen, was man nicht sehen kann. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Es kann natürlich sein, dass die Software der Kamera eine Fehlfunktion hatte, aber die Aufnahme zwei Nächte später lässt einen daran zweifeln. Aus dem Badezimmer kommt eine dunkle Gestalt raus. James glaubt, dass es genau das ist, was die Kamera davor aufgenommen hatte, nur halt für uns in sichtbarer Form. Er glaubt auch daran, dass diese mysteriöse Manifestation mit der Puppe verbunden ist. Seit dieser Aufnahme entschied sich James öfter in der Nacht aufzunehmen. Folgendes passierte, als er am Schlafen war. Untertitelung des ZDF, 2020 Daraufhin postete James die Aufnahmen online und fragte die Nutzer im Internet, ob sie eine Erklärung für diese Phänomene haben. Was meint ihr? Ist es echt? Oder ein wohlgelungener Fake? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Eine Polizeistreife in den USA war auf Patrouille, als ihre Dashcam etwas Unheimliches auf der Straße aufgenommen hatte. Zuerst kann man es vielleicht schwer erkennen. Aber wenn man die Helligkeit anpasst und ranzummt, bekommt man eine dunkle Gestalt zu sehen, die über die Straße läuft. Ich denke, die Reaktionen der Polizeibeamten sprechen diesen Fall für sich selbst. Viele Zuschauer sind der Meinung, dass es eine Art Bigfoot sein musste. Was meint ihr? Nummer 3 Die folgende Aufnahme zeigt uns einen Priester, der eine Messe abhält. Er möchte eine Rede beginnen, dass etwas Unheimliches ihn daran hindert. Sich selbst. Er ist auf dem Heiligen Geist. Er ist auf dem Heiligen Geist. Er ist mit Ihnen und mit deinem Geist. Leider gibt es nicht viele Informationen zu diesem Clip, aber man kann eine Frau im Hintergrund schreien hören und man kann die Reaktion der Anwesenden sehen. Einzige Info, die ich finden konnte, ist die, dass der Priester die Messe kurz nach diesem Vorfall beendete. Nummer 2 Eine weitere Dashcam Aufnahme, diesmal von einem Trucker. Auf der Aufnahme kann man eine Frau in Weiß sehen, als sie über die Straße läuft. Man kann auf der Aufnahme sehen, dass sie definitiv von dem Fahrzeug angefahren sein sollte. Der Clip endet hier, aber in der Beschreibung des Videos kann man lesen, dass der Trucker angehalten hatte, um nach der Frau zu sehen, aber als er ausstieg und die Straße gründlich überprüfte, gab es von der Frau keine Spur. Daraufhin rufte er von selbst die Polizei. Zu seiner Überraschung, die Antwort, die er bekommen hatte, war höchst ungewöhnlich. Der Polizeibeamte erklärte ihnen, dass dies nichts Außergewöhnliches sei, denn sie kriegen viele Meldungen von diesem Straßenabschnitt, auf den angeblich eine weiße Frau gesichtet würde, die auf die Fahrzeuge zuläuft. Lauren Combs und ihr Hund Luna leben in einem Haus, der mitten in nirgendwo ist. Außer Wälder und Weiden gibt es in der Umgebung nicht viel und es gibt nur wenige Leute, die diese Gegend besuchen. Obwohl sie in einer abgelegenen Gegend lebt, passierte ihr etwas sehr Seltsames, was sie dazu gebracht hatte, sie selbst zu fragen, ob sie wirklich alleine dort ist. In einer Nacht, als sie mit ihrem Hund spazieren war, begann ihr Hund sich merkwürdig zu verhalten und sie entschloss sich, mit ihrem Handy aufzunehmen. Luna! Luna! Oh mein Gott! Was? Es scheint, als würde Luna irgendjemanden oder irgendetwas spüren, was sie hier nicht sehen können. Die wahrscheinlichere Erklärung wäre jedoch, dass sie irgendein Tier gerochen oder gesehen hatte und sie deshalb so aufgebracht gewesen ist. Die weiteren Aufnahmen werden jedoch sogar dies in Frage stellen. Was? What? What is wrong with you? Luna? What is wrong? What? 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 Big head. What? What? Was ist das? Luna, komm! Das hat Lauren wirklich aufgebracht, wenn keiner an der Tür gewesen ist, denn wer betätigte die Klingel? Man könnte es auf fehlerhafte Verkabelung oder Kurzschluss schieben, aber nach diesem Vorfall war Lauren überzeugt, dass in ihrem Haus spuckt's. Viele, die die letzte Aufnahme gesehen haben, sind sicher, dass ihr Haus von irgendetwas heimgesucht wird. Wie aus demnächst fielen die Bücher aus ihrem Regal runter. Ihre Reaktion darauf fand ich persönlich glaubwürdig. Und man kann sehen, dass sich der Fight or Flight Instinct bei ihr aktivierte. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was Fight or Flight Instinct ist, ich erkläre das mal kurz. Wenn sich eine Person plötzlich in einer Gefahrssituation befindet oder sich erschreckt, trifft diese Person vollkommen unterbewusst die Entscheidung entweder gegen die Gefahr anzukämpfen oder die Flucht zu ergreifen. In beiden Fällen verliert die betroffene Person für paar Sekunden die Fähigkeit zu reden, während ihr Körper Obermengen an Adrenalin und das Stresshormon Cortisolausstöß. Ich danke euch fürs Zuschauen und falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, hier habe ich eine Playlist zusammengestellt. Links im Bild einfach anklicken und falls ihr weitere Videos nicht verpassen möchtet, dann drückt auf den Abo-Knopf, bearbeitet die Glocke zu euren Wünschen und lasst mir einen Daumen nach oben da. Für den Like mache ich dann Salz aus nach vorne. Bis zum nächsten Mal.